Zubi Hast du eigentlich schon was gegessen, Zubi? Zubi ist auf Achso, ne Oder bringe ich das gerade durcheinander? Irgendwer hatte doch Hunger Das war nix Ja, hoch auf den Hunger Oh, komplett falsch Hunger auf Tore, nicht Hunger... Ja, ist egal, ist auch nix mehr Och, ja gegen drei Tore, ja nochmal Toll Teammates, soll der Scheiß Sie kann mich nur greifen Ja, ja Roxana fängt damit auch schon an Wer war jetzt ersthaft? Ich war erst da Du bist da vorne runtergefallen, das hab ich gesehen Ich war hinter dir Ja Ja Lass mich geschützt Hast du Beweise? Ja Träg mal die Shirt hast du Die Fingerbricke haben am Rücken Ja Nur Bruder, sie braucht so ein Schuh ab und keine Finger Dann hast du jetzt eigentlich schon zugegangen Das fehlt trotzdem, ich hab recht, so Dann sind's die Fasern von den Hohenschuh Genau Ja Ich hab dich hier ausgenockt, ja das schon Ja, das schon Ja, Dana Hast du den Atem hinten gespürt und darum vor Axe runtergefallen? Ja, der Atem ist tot Ja, das ist tot Ja Er sah den Atem und ich denk direkt an den Film Hush 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 ist cool Sie spürt nur den Atem von ihm Das ist doch echt richtig mies, ey, als Taube da, ey Ja Ja, wir sind hier, also, Hush Drogen? Ne, Hush ist englisch für Taub Es gibt auch einen Bednissen, das Batman-Harsch Ja, sag Ja, also ich muss jetzt mal, wenn ich Haschdenke an Drogen denken Ja, es wird halt nur noch schon geschrieben in dem Moment Ich weiß gar nicht, nach Badewan oder so Atmet dann, ihr so in der Nackerin Oh, Entschuldigung Oh, Entschuldigung Dann hat sie, glaube ich, ein Messer an der Hand und sticht zum Lassenhals Oh auf 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 oder ich gegen dich und der Anders, also der Gegner, der Skuner noch, dass wir einen gelacht nein versuch das mal ohne häschten na ich habe das nur probiert ja mach doch es ist doch eh genug Zeit ne hier habe ich keine Probleme in der Mitte ich habe das nur probiert das war die einzige Möglichkeit vor Daniel noch zu kommen ja Steffen das Ding ist dieses Hecht mir kostet nur noch so viel Zeit ja anders schaffe ich das dann nicht du musst auf die Linktrommel und dann direkt das Stick nur rechts ziehen und wenn du dann da aufkommst direkt nur auf die andere Seite ziehen hin und her mehr ist es gar nicht ach du sollst durch die Mitte gehen ja er hat es versucht aber du mir locker 60 Punkte Vorsprung hatte hätte er es eigentlich können versuchen weil da kriegt er wenigstens das Gefühle wenn er 3-mal runterfällt ist das scheißegal ich hatte am Anfang auch voll glücklich ich bin an der Seite voll hoch gekommen also ich war gar nicht unten wie habe ich das geschafft an der Seite zu bleiben oben zu bleiben ja ne ich hatte ich hatte diesen Typen den ich da die ganze Zeit zugucke und der war am Anfang die ganze Zeit bei mir und und dadurch bin ich halt in der Mitte quasi am Anfang bei den Springdingern ist da gegen mich geflogen und nicht runter und dann erstmal da wieder hoch zu kommen und dann wieder und ach ne dann hat nichts mehr funktioniert ja wenn man einmal raus ist dann ist dann ja genau so echt es tut mir leid ja Daniel das war eine Notwehr du hast mich schief angeguckt wie denn? habe ich einen Augen oder? ja du bist ein Drache kannst du im Kopf drehen ach ne das mit Abschluss Hasslevel ich glaube das war das was ich und und Käpte sind zu zweit geworden mhm der vorher war eigentlich so Wippe aber das geht mittlerweile aber dieses Level das ne das ach ach das Gute ist sie können nicht direkt über das schräge Ding hoch ich nehme mir recht hier oh ja ich springe da entgegen so wir haben ihn aufgehalten shit du glaubst du nicht was ich da Goldene der Goldene der Goldene der Goldene der Goldene Hoped Gott Page ается hab ich Da hast du ein Gold, na? Daniel? Scheiße. Gold. Zwei Gold nur bei mir kommen, ey. Sogar erster qualifiziert. Ne, ich weiß nicht, ich mag das Level irgendwie nicht. Ja, das hier habe ich zwei Gold nur bekommen. Ich habe den Punkt nur mitgebracht. Hast du auch einer gekriegt? Ja. Sabrina? Also insgesamt drei Gold nur gehabt. Ich habe glaube ich, ich habe einen so einen geholt. Weiß oder Gold? Weißen, eher Weißen. Haben alle einen schon durch die Gold eine 15 gemacht. Wobei mir sogar mehr Punkte gehört, weil ich glaube 26 oder mal. Ich habe den einen abgehalten, den Ring zu kriegen, das und da eine durchgesprungen. Beste 20, das verstehe ich nicht. Ich weiß wohl schon, 2-mal Gold, damit ich 20% kriegen? Dumm ist eigentlich Sinn, der erste Trupp, der durchkommt, Platz 1. Ja. Nein. Er such dir jetzt ein neues. Oh oh. Dann gehen wir wahrscheinlich zur dritten Finale. Ja, weil sie einfach zu gut ist. Toll. Das nervt allmählich so, ne? sprungprobe sprungprobe ja super hängt das bei dir immer noch ich bin letztens auch im final rausgeflogen so vorher und er hat er kennt das vier finale gewonnen mit dem ventilator bei bettelt sich meistens immer aus meistens der weit weil ich dann zu lange warte oder springe dann muss ich springen und dann und dann fliege ich raus und dann gehe ich einmal mit dem mit dem ventilator nein nein Das ist das gleiche Problem bei mir auch und dann sprich zu früh oder so und dann ist vorbei siehst du ich sag's ja boah bist du ein Depp alter und weg Sabrina ich muss dir was gestehen Sabrina ich muss dir was gestehen er greift mich kann sich gerade nur so festhalten nächster Balke runter ja deswegen mag ich Ventilator weil ich weiß dass ich deswegen nicht runter falle ja ich aber ja das ist ja kein Nachteil für mich ich geb ihn ja trotzdem für uns als Trupp ja oh was war Level 50 äh Falkers Gesicht noch 30 Krone ooooh war das gerade eine Überlebensgrunde zählt aber im Finale nicht boah Daniel und Sabrina oder was was ne ich bin da er hätte sich aber bei uns spiel ja das stimmt ja das stimmt mhm ja zu Recht hab ich oft ich sehe nämlich nur Steffen mit nicht bereit haben ja bei das Event habe ich fertig jay hu hu ha nicht so laut, was ich gerade beschwerde Nächste Nächste gibt es sonst wieder Ruhstörung Lärmblästigung Ach Ich weiß nicht, ob man regnet Ja, das war nicht draußen 40 Leute Gleich noch mehr Gleich nur noch 28 Also müsste 8 teams weiterkommen Stimmt gar nicht so Ich glaube 26 Dann weiter Das macht keinen Sinn 26 durch 4 Achso, ne da steht oben nicht Ok Das war nicht oder so Oh, nein Nein Nee Das war knapp Nein Nein Ach, jetzt ist Jetzt ist der auch noch durchgekommen Evic, ey, toll Ey Jedes Mal Kurt kommt Wie kommt er denn? Hat denn Glück gehabt, ey Hat denn Glück gehabt, ey Okay Oh, Mann Oh, Mann Oh, Mann, ja, warte Und jetzt ist es los Jetzt Da durch Da durch, weiter Einfach weiter Oder durchrennen Oha, ja, okay Ist dann jetzt in der Mitte Einfach durchziehen Ja Sauber Alter Und tschüss Lttpc Okay Lttpc Okay Oha Oha Braucht jemand überleben? Ja, ich Okay Irgendwo alle runterfallen? Ja 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 Das ist mein Nachteil Ja Ich hab meine Frau fertig Ich nicht Ich muss noch 106 mal springen Boah, bitte nur einer Ball Ja, weil zwei sind echt gemein Wenn die gegeneinander prallen Du kannst mich vorausrechnen Bleib bei einem Bleib bei einem dona Triff Da 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 das sind auch keine 106 Sprünge ne 105 ich würde ja so lachen na bei Rina habe ich zwei gebraucht ne bei Sopi habe ich zwei gebraucht wie war das gewesen jetzt zwei vorher zwei fehlten dir du brauchst gar nicht ich weiß nicht wie viele Sprünge aber du hast zwei vorher also 98 ne 298 gehabt naja weil irgendjemand hat doch er noch gebraucht war das nicht Sopi mit der mit der Aufgabe vorne dran vor der letzten Mechlinie Aufgabe dann hat sie nämlich er nur noch gebraucht und Roxana mit dem greifen Teamaufgabe bei Sturzball war noch 8 oder 6 gewählt so und jetzt muss ich mir ein bisschen angeben ich hab ich hab's nur von der einundreißig mal geschafft gleichkeit war das oder so ne denn die jenster gegriffen habe Teamaufgabe über zwei noch mal in einem rummisch welchen ich hab's schon okay ich hab's schon ich hab's schon ich hab's schon XXX Oh, jetzt fahre ich auch noch runter, weil ich zu hektisch wurde. Boah. Nein. Nein, oh, ich war oben. Ach, fuck. Mann. Wie war das mit Erscher und Zwoiter? Oh, nein, nein, nein. Oh, Gott sei Dank. Boah. Junge, was machst du da für ein Krimi, ey? Ich wollte spannende. Boah. Ich hab mich eigentlich schon unten gesehen, da wo ich da war, du. Tschüss. 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 Alter, ne. Es sind, glaube ich, sogar wirklich nur zwei Teams durch. Ja. Sturzweil. Okay. Ich mach den Haarland. Sabrina hält jetzt wie Kobel. Flacher voll konjunkt. Aber sogar mit Kugel da in der Mitte. Was? Kugel? Ja. Achso, die Lolli ist da vorne. Ich wollte auch noch einen Ball. Oh Mann. Und ab und hoch. Ich komme. Nein, scheiße. Der Lolli. Der Lolli. Alter. Ich tu das gesehen. Ja, und noch einer. Das nächste Tor für Ohr, das Pender als rausgauen. Und daneben. Ich aufgabe. Ja, Daniel. Oh, wie hat er auch? Ach, oh ne, schon wie das Pender rausgehauen. Ja. Ja, 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 doch mal. Alter. Und rein. Oh, das Pender schon wieder. Und ich bin mit reingefallen. Zwei von der Mittlinie direkt hingedonnert. Ja. Und Sapri hat so geiles Sicht von der Nücke hat. Ja, guck mal, ja. Ja, gucke mal, ja, kannst ja. Ja, gucke mal. Ja. Vielen Dank.